Wo haben wir denn noch was? Links rum, geradeaus, dann rechts, gut. Bin ich richtig? Ja, mir geht eine ab. Zoom. Da steht F-I-K, 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 F-I-K steht da. Aber sehr komisch geschrieben. Na gut. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Warum muss ich hier rum? Rum! Drift. Was? Was zum Hängen? Da muss ich hier auch noch rum, ey. Quietsch! Was ist das denn, ey? Verlassene Straße, oder? Probe Stunt. 30 Meter Drift machen. Mit der Trill-Camera. Was zum? Ich will die Trill-Camera nicht kaufen. Hm. Was. Was ist das? Wow geiler Drift Und ohne Mauerkontakt Boah Leute Wenn das nicht knapp war Dann weiß ich auch nicht Tempo 15 Fahrzeuge in 30 Sekunden überholen Ego Perspektive Ich kotze gleich Ich Ich bin ein Ich bin ein Ich hasse die Ego-Perspektive, ey. Boah, 45.000 ist das schon. Ich will mal ein langes Auto haben. Ein schnelles... Dann kann ich bei der Polizei mal ein bisschen Stunk machen. Ja. Ach, ich zieh den Ärger nur so an. Ich denke, der Sieg geht mir. Tja, die Jungs machen echt ernst hier. Oh, das war viel zu knapp. Ach, das war viel zu knapp. Ja. Ich bin die Jungs geklemmen. Get along, Jake! ... Also in Gegenverkehr fahren... Mensch, ich sollte die Jungs echt nicht so quälen! Ich dachte, da kriegen wir 5000 für! What the fuck? Ajajajajajaj... On Feuerwehr! Neeeee... Quietsch! Oh, ich muss hier noch ein bisschen rumfahren, damit ich hier auch was kriegen kann Bam! Also beim Driften.